Das gehört anscheinend so. Da haben wir eine kleine Farm, da haben wir das, da haben wir eine Mob-Farm, da haben wir... Boah, mir gehen langsam so die Ideen aus. Ich meine, ich habe so, 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 das typische eben Windmühle und sowas, das würde ich mir auch noch gerne aufbauen. Ich weiß bloß dann genau, ob da oder ob hier dann in der Nähe, wobei hier wäre das ein bisschen zu knapp vom Platz her. Sonst wirkt es so geengt oder beengt, besser gesagt. Ähm, warte, ich hatte mir mal irgendwann mal so eine Liste gemacht. Ähm, Wünsche als Beilage. Achso, wegen Grillen heute Abend. Warte mal, ähm, irgendwelche Wünsche als Beilage. Boah, Salat. Salat geht immer. So, ähm, nee, das ist die verkehrte, ja, so, warte mal, Themenletz, nee. Themen. To-do. To-do. So, was haben wir denn Oberwelt? Tunnallager, Sugar'n Farm, Baumpfarm. Baumfarm. Baumfarm müssen wir auch noch machen. Äh, Biegen, ja, Biegen. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Biegen, ne, klar. Ach ja, Netherwartfarm. Okay. Wow. Können wir vielleicht auch mal irgendwann machen. Farm ans Lager anbinden. Ja, wenn, wenn das Lager mal fertig ist. Herberge ausbauen. Ja, die Herberge muss ich auf jeden Fall noch ausbauen, weil ich habe da auch mal vor, noch andere Leute noch einzuladen. Und die sollen natürlich dann auch da einen Platz bekommen. Oder, haha, haha. Ich habe es. Ich habe es. Die bauen dann hier hinten was hin. Die bauen dann da hinten was hin. Müsste ich bloß noch so einen Pfad hin machen, damit ich auch weiß, wo... Wobei, das ist eigentlich wurscht, ne? Freie Wahl und sowas, würde ich sagen. So, aber ich mache jetzt hier erstmal die Erde, die noch ein bisschen zu viel war. Mache ich jetzt hier erstmal weg. Ich weiß nicht genau, wie ich das hingekriegt habe. Ich glaube, mit irgendeinem Pinsel oder so. Das war auf jeden Fall zu viel. So. Äh... Kommen wir hier noch ein bisschen. Ach, guck mal hier, da kommt sogar Sand zum Vorschein. So. Halt. Haha, halt, halt. Nee, du nicht. Du nicht. Machen wir hier noch. Ach, komm. Sand weg. Sand weg, Sand weg. Mache ich das erstmal so. Wenn da eh dann, äh, umgebaut wird, beziehungsweise groß, äh, neu gebaut wird, ähm... Dann können wir das dann auch so lassen. Ich glaube hier, das müsste ich noch wegmachen, ne? Ah, da kommt da noch... Oh, da kommt noch mehr Sand. Mehr Sand, der schmeckt ganz salzig. Ja, ha, 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 ha. War fast so gut wie meine Ansage, ne? Mhm, glaube ich auch. So, zack, zack. Dann hier noch. Oh, guck mal, hier ist dunkel. So was. Liegt wahrscheinlich an der Erdrotation. Hm, komisch. Aber hier spawnt nix. Das ist wirklich seltsam. Hasen. Äh, ne. Hier spawnt gar nix. Krass. Ist das wirklich so gut mit der Mobfalle da hinten, oder was? Ne, ich bin doch schon viel zu weit weg. Ach, guck mal hier, da, da ein Skelett. Seht ihr das? Oh, warte mal. Da gibst du so ein Achievement. Ich hab keine... Oh. Doof. Naja, egal. So, wir können hier noch... Ach komm, hier, den kleinen Kloppen auch noch raus. Was wir hier auf jeden Fall noch hinbauen können... Oh ja, das, das sieht... Das klingt gut. Also das sieht auf jeden Fall vor einem geistigen Auge ganz gut aus. Ähm, wir haben doch das Enderdrachenei. Dann könnten wir hier so ein schönes Podest hinbauen, wo wir das dann präsentieren dann quasi. Ne, präsentieren kommt nicht von Präservativ oder sowas. Nein. Gott des Willen. So, äh... Oh, das ist noch ein Skelett. Und ein Creeper. Das ist ein Creeper. Uäh, ich möchte weg. Ich möchte weg. Da ist ein Zombie. Da ist eine Spinne. Ja, Zombie ist okay. Hallo. Komm mal, Puscheln. Uäh. Na. So, da kriegen wir übrigens auch noch ein paar Erfahrungspöbel. So, ach komm, hier. Ja. Oh, noch eine Spinne. Eigentlich mag ich Spinnen. Also, ich spinne auch gerne rum und so, ne. Also, das ist ja gar keine Frage mehr. Äh, Erde. Erde, Erde. Machen wir Erde. Sand. Ja, guck mal hier. Sandstein, ne. Haben wir auch jede Menge. Jede Menge. So, und... Oh, der ist voll. Krass. Dann machen wir das so, ne. Würde ich sagen. Hm. Ich bin jetzt gerade mal im Überlegen. Die Leute, die bauen ja auch ein bisschen Baumaterial, ne. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, gepasst. Ist jetzt egal. Äh, ich gehe erstmal schlafen. Ist gleich, ist keine gültige Zahl. Ja, sowas. Ne, steht auch meistens dazwischen, ne. Um jetzt wieder zur Mathematik zurückzukommen. So, hier haben wir... Okay, dann können wir dann eins, zwei reinpacken. Hier eins, zwei. Da haben wir auch noch Kohle drin. Ja, sehr schön. Da, ja. Hui, überall Kohle drin. So, wunderbar. Was haben wir da noch drin? Glas? Okay. Das Glas nehme ich mal mit. Da. Oh. Oh. Okay. Neta, Stein, Ziegel. Ja, äh... Neta, Stein, Ziegel habe ich aus dem Neta. Ja, gut. Ich weiß... Oha. Natürlich wisst ihr das. Ist mir schon bewusst. Aber ich meine, ich habe doch den Tunnel da... Äh, gemacht, getan. Mann, hast du nicht gesehen, im Neta. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Also der ist jetzt quasi bereitbar. Ja, doch, habe ich erzählt. Habe ich erzählt. Doch, ich erinnere mich. Ein bisschen vage, aber ich erinnere mich. Ähm. So, warte mal. Gunpowder. Mann, was ist dann das mit meiner Maus hier, hä? So, Spinnenauge und Fäden. Ne, hier ist keiner. Ich habe gedacht, ich hätte irgendwas gehört. Ich glaube, ich habe mittlerweile ein bisschen Paranoia oder sowas. Nun denn. Ähm. Ich habe jetzt drei Steine in der Tasche. Ja, gut. Das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Obwohl. Warte mal. Ah, so, genau. Ne, Schaufel habe ich repariert. Ähm. Wir könnten vielleicht mal gucken, dass wir noch die... Ähm. Na. Oh. Oh. Wollt schon wieder hier so ein Mausrad-Klick machen. 16! Alter, bist du des Wahnsinns? Das muss noch ein altes Tool sein. Das muss echt noch ein altes Tool sein. Hm. Ich bin schwer am Überlegen, ob ich diese Tools nicht irgendwie austausche. Dass ich mir quasi neue ercheate. Und, ähm. Ja, damit eben die Reparaturkosten nicht mehr so hoch sind. Was würdet ihr denn dazu sagen? Darf ich das oder darf ich nicht? Weil, äh, wenn ich mir das so angucke, also auf die Dauer, wird die Schaufel dann wahrscheinlich eh nicht mehr sein. Aber Haltbarkeit 3 und sowas? Ja, okay. Die hat Glück drauf, ne? Ja, nee. Dann, äh. Ja, Gott. Doch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr damit umgehen würdet. So. Aber nichtsdestotrotz, komm. Äh. Das waren jetzt vier Folgen für mich. Ungefähr. So roundabout. Ähm, ja. Würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und, dann bis morgen, ja? So, gehabt euch wohl, haut rein und tschüss.